Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Gruppe von Tear Don't Tear Gams Huch ich grad sagen Ja, mein Haus ist minimal kaputt Aber das hält uns nicht davon ab an den PC zu gehen Und nochmal zur Wider zu gehen Oh mein Gott Ach, hier wird auch gebaut Ist das geil Jetzt wird hier auch gebaut Oh, ist das sowas geil Das heißt, du siehst selbst hier Fortschritte Oh, ernsthaft Oh, alter Nein Okay Hier drin ist auch nochmal ein Gemälde Auch gesichert Schein In Kleister Okay, wie viel braucht man mindestens Vier Oh mein Gott Jetzt ernsthaft Eins, zwei, drei Da würde ich hier gar nicht Wow Wie soll man denn alle schaffen Wer sagt ihr euch grad so Hä Ist doch gar kein Problem Aber ich so Problem So Verdammt Ich muss einmal einen hoch Hä 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 Ah Hier oben Ah Hier oben Das heißt Theoretisch Das war zu viel Daher wäre das Nächste Das heißt So, das heißt Da, da, da Da Wenn wir hier Gegebenenfalls hier runterspringen Oh, das ist oben Das gefällt mir gar nicht Hä Oh Ha Falsche Ah, komm Und da hinten Dann hier raus Und mit dem Fahrzeug Ganz schnell weg Oh, das ist in Lamborghini Das sieht man Das ist in Lamborghini Wobei, kannst du gucken Da ist das Boot Das ist dann hier raus Oh Mist Jetzt komm ich ja nicht hoch Äh Dann hätten wir jetzt aber Momentan nur drei Ich würde das hier Ja, das Guck ich mir mal kurz an Ah, jetzt komm ich ja nicht hoch Das ist da Ich werde es mal Diesmal GANZ geschickt machen Und zwar, dass ich Meine Spraycan nehme Uh Was passiert so Nein Nein Nein! Ich hab den Farschuhl kaputt gemacht. Oh nein, wir müssen noch einhören, oder? What? Schick. Das war oben. Hm. Oh Gott. Nein! Verdammt! Kann ich nicht wieder weg machen, ne? Ne. Alter! Denk doch nicht so! So geht noch rein. Ich geh jetzt mal den Weg rückwärts ab. Achso. So gut wie? Ja gut, ne. Ich geh rückwärts abgehen, geht gar nicht so wirklich. Ja, jetzt hab ich ja trotzdem nur vier. Obwohl ich theoretisch auch acht holen könnte. Was ist da? In der Zeit? WTF? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja. 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 Dann erstmal hoch. Warte mal, wir haben noch Bretter. Mist. Ja. Ups. Das ist schon eigentlich ganz cool, dass die so ineinander auch ich sag mal buggen, aber entweder komme ich damit gerade nicht klar oder es ist doch ein bisschen komplexer. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Und los. Oh, verdammt. Ja, jetzt haben wir die Hälfte erst weg. So, ob das jetzt gut war oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Ja, mit dem Dach da zum Beispiel, dass das halt schon ausprobiert, das funktioniert leider nicht. Ich finde, das ist so geil, dass das so gemacht wurde noch. Alter, wie gerade ich da gegangen bin. Ja, da. Alter, ist das denn schnell. Bam. Ja, das war doof. Ja, gut. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob sich hier wirklich irgendwas groß ändert draußen. Also drinnen auf jeden Fall. Oh, doch, guck mal. Ach, krass. Uiuiui. Wenn du so gießt und du machst das Licht an, dann ist das wirklich... Ich glaube, zwar jetzt so krass doll, aber doch schon. Oh, doch nicht. Mann, ist das hier mal vernünftig hier, das Ding. Mann. Das fällt nicht runter. So. Nö, 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 nö. Lampen weiß ich gerade auch nicht. Ey, immer noch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist immer noch mal mit dem geilsten. Okay, wir gehen mal kurz auf Tools und gucken mal, ob wir hier vielleicht nochmal irgendwas machen können. Nein, weil wir kein Geld mehr gefunden haben. Need to it. Wo denn? Nochmal da. Oh, ich glaube, ich habe gerade Leben verloren. So, Tool up. Oh, ich sehe schon, dass es rot blinkt. Die Anfangspission war noch so schön leicht. Okay. Die primären Ziele sind natürlich krass, irgendwie. Die muss ich ja, glaube ich, definitiv schaffen, ne? Ach, oben der blaue Container. So, dass ich dann nachher nicht gegenlaufe. Ah, ist natürlich hier komplett dran. Ach, so, die bauen hier wieder das. Oh, oder so. Hier haben wir schon alles gelootet an Wertsachen. Aber respawnen die? Irgendwann wieder einen? Oder, na, was ist das respawn? Sind irgendwann wieder welche da einfach? Oh, 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 oh. Oh. Ich glaube nicht. Weil jetzt momentan, wir brauchen so langsam mal wieder Geld, deswegen. Was ist denn? Hm. So, hier geht's raus. Ach so. Ist natürlich schade. Ja, gut. Die brauchen wir definitiv, die gelben. Ach, du schade. Eins, zwei. Ich glaube, jetzt gucken, ob wir mit dem Boot... Okay. Okay. Huch. Oh. Wollte ich eigentlich nicht, aber okay, gut. Passiert. Äh, genau. Fahren wir da halt rüber. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Plan ist, was ich jetzt hier gerade versuche. Ernsthaft? Kein Auto? Dann kann ich hier auch rüber gehen. Oh. Hier ist auch noch. Ah, safe. Verdammt. What? Jetzt muss ich da jetzt recht hoch. Verdammt. Da noch da. Ja, und hier müsste ich theoretisch wirklich normal hochgehen und wieder runter, ne? So, auf jeden Fall heißt, dass ich ein Auto brauche, da. So, hier hoffe ich halt, dass ich mit dem... Ach, doch, doch, doch. Doch, doch. Das sollte kein Problem darstellen. Achso, in einer anderen Scheune. Also, hier drinnen. Ich überlege gerade. Äh... Nee. Haben wir hier nochmal irgendwo ein Boot? Da, bei uns. Das Boot muss ich mir nochmal holen und hier hinstellen, dass ich rüber... Das ist meins. Dann muss ich hier hoch. Dann hier runter. Müsse ich hier rüber. Oh, das wären jetzt schon 10 Sekunden. Okay, das wären 13 bis 14 Sekunden. Ich brauch da auf jeden Fall nochmal ein Boot. Aber so machen wir das jetzt gleich. Okay, das ist natürlich. Oh, blinkt noch Oh, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen gefreut, aber Okay So Jetzt überlege ich mal ganz kurz was Ich werde mal gleich ein Quick Save machen Gleich Okay, kann ich ja jetzt schon mal machen Jetzt versuche ich mal ganz kurz Strom auszuschalten Nee, das war hier Okay, das ist kein Strom hier Wie schon gesagt, aufs Dach würde ich auch mal gerne Oh, no? Das war's. Oh, ja, oh, 250. Okay. Gut, theoretisch so, ja. Ich glaube, hier gibt es kein Elektrical-Werk. So, jetzt gehen wir mal da hin. Ich glaube, das wäre sinnvoller sogar. Dann halt, dass hier das Auto steht. Ich glaube, das wäre doch sinnvoller. So, das ist dann hier mit dem Auto sofort wieder los. Gut. B mal spannend. Ich werde es auf jeden Fall erstmal versuchen. Das ist natürlich jetzt auch ein klitzekleines bisschen doof, dass jetzt die ich versuche, das mal mitzunehmen. Ich versuche es einfach mal. Wenn nicht, dann, ich mache jetzt gleich einen Quick-Save. Wenn nicht, wenn ich neue laden und dann halt von hier nochmal einfach nach oben einen Quick-Save machen. Quick-Save. Ich bin so langsam. ne, never ever. Ne, never ever. Leis da. Ne. Ah! Okay. Schade. Also, wie kriegt man denn alle hin? Hm. BTF? Man, es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, alle zu bekommen. Einmal, wo er jetzt nichts gebracht hat, ich dachte irgendwie, ich kann die abschießen. Das ist gut so, ich kann es schnell. Oh, mein Gott. Oh, Gott. 0,6 Sekunden. Das war 0,6 Sekunden, die ich noch hatte. Hätte ich viel früher rausspringen können. Aber gut, das hat auch ganz schön geleckt, wo ich dagegen gefangen bin. Den hätte man zum Beispiel vielleicht runterhängen lassen können, dass man von unten so hoch guckt, dann nehmen kann. Mit dem Auto war es perfekt. Eigentlich war es schon echt, finde ich jetzt. Jawohl. Ja, ja, gut, ist ja egal. Wir haben was Neues und zwar Bomben. Gun. Blutsinn. Vielleicht. Erstmal. Gut. Wir fahren jetzt nochmal hoch, ob das Bett, das Bett schickt immer noch draus. Hm. 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 Was ist krass. So, geht schneller. Okay, hier unten ist sonst nichts neu. Neu. Oh, hier ist gestrichen. Der ist immer noch hässlich. Ui. Ähm. Ja. Ja. Ich dachte schon, er ist wirklich glatt. Ähm. Ja, nö. Das ist richtig. Okay. Jetzt kommen wir mal ganz kurz nochmal vorne. Können wir hiermit nichts machen? Weil die wachsen, ja. Habe ich das Gefühl, jedenfalls. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ha. Na gut. Wir haben immerhin schon mal ein Auto, in dem wir eigentlich hier nichts machen können. Wir hatten mal ein Auto. Äh. Ja. Was ist denn hier passiert? Ja, die Folge ging jetzt auch wieder ein bisschen länger. Ich speichere mal. Und. In der nächsten Folge sieht er, wie es weitergeht. Viel Sp... Äh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war so richtig. Abonne mich, gebt Daumen und schreibt den Kommentar, wie ich das Video. Und das Spiel gefällt. Tschüss.